hi und herzlich willkommen zu meinem zweiten part am a2 editor wie gesagt beim ersten part habe ich gesagt dass wir dass ich beim zweiten part mit den modulen arbeiten werde aber als möchte ich euch noch sagen ich komme auch selbst noch nicht so recht mit den modulen klar aber ein paar möchte ich euch zeigen wie ihr die benutzen könnt ja dann wollen wir mal so lassen wir unseren schützen mal da gehen auf module das erste was ich euch gerne zeigen würde ist eine uav was brauchen wir dazu gehen auf module suchen und uav manager geht auf ok sieg normalisieren ja ich kann das ist perfekt aussprechen aber egal einheiten dann lasst ihr so us army geht auf luft das mq-9 das ist die drohne stellen wir mal zum beispiel jetzt hier machen wir mal als gegner normales normal auto so etwas weiter weg damit uns nicht angreifen so das machen wir weg das endlich in unserer gruppe ja jetzt gehen wir wieder auf sieg normalisieren das sieg normalisieren und dem spieler so aber da fehlt jetzt noch was und das ist also dann müsst ihr auf leer objekte militärisch waren das nein militär usa us nimmt das drohen terminal stellt euch schön wie es wollt dann signalisiert ihr die uav wie das damit ja und dann müsste es eigentlich gehen jetzt habe ich wieder den gleichen fehler wie bei part 1 begangen ich habe es in der formation gelassen aber es muss fliegt sein so so man sieht sie fliegt schon rum ah man sieht wenn man den mausrad bewegt steht die uav wie immer weiter auf so normal könnte man auch raketen abfeuern aber ich weiß nicht wo das mit dem ist ab jetzt hat es gelang so man sieht schon da den feind man kann mit elf kann man den waffen wechseln kann man kann einmal markieren und die helfer so dann wollen wir mal das bies das timer abschließen naja es würde es ja auch so abschließen so das haben wir jetzt ok was haben wir denn noch ja ein paar habe ich noch ja das ist der ja sekundär option das ist sind so viele mission das ist braucht einfach eine sekundär option option äh sekundär option einfach mit signalisieren verbinden also ja dann wenn ihr im gameland seid seid mit eurer mission fertig kriegt ihr jeden moment eine nachricht wir sind so ein da vorne ist ein typ so wo ist denn hier die hübsche nachricht also jetzt hat es irgendwie nicht geklappt ich versuche es nochmal ich denke mal ich glaube der müsste einen größeren rang sein denke ich mal damit gut ich ә w ich ja ich nein ich w kommt der SSHQ, redet euch an, ob ihr eine Nehmission machen wollt, dann könnt ihr mit Leertaste Kommunikation, könnt ihr dann annehmen oder ablehnen, wie ihr es wollt, ja, womit dann hat es jetzt nicht leider geklappt, ähm, vielleicht werde ich beim Part 3, ähm, ja, vielleicht werde ich bei Part 3 versuchen, das richtig hinzukriegen, ja, dann nehmen wir mal als nächstes einfachste, einfachstes Unterstützungsmodul, müsst ihr auch einfach nur verbinden, so, dann hat man schon ein paar schöne Möglichkeiten, ihr geht auf Kommunikation, dann seht ihr, ihr könnt Einheiten anfordern, Munitionsabwurf anfordern, machen wir das mal. So, 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 jetzt muss ich jetzt ein Helikopter kommen, und dann machen wir einfach mal das nächste, Einheiten, Zero. Aha. Normal müsste er jetzt entweder die Munition oder die Einheiten abwerfen. Warum fehlt heute alles? So, versuchen wir jetzt nochmal... ...hier... ...requesting Supply Drop at Grid 3 3 0 1 4 Support on the way. Stand by. In dem Bereich kann man ja mal den Hanger angreifen. Hört schon ganz leise, dass die A10 kommt. Aha. ... 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 Jetzt kommt die Artillerie. Achtung bei der Artillerie würde ich einen großen Abstand nehmen. Man sieht jetzt schon die Reichweite. Jetzt haben sie mich... So, eins möchte ich euch noch zeigen. Das hat jetzt nichts mit dem Modul zu tun. Damit hatte ich mich eben befasst. Toll, wieso bin ich jetzt wieder rausgegangen? Ich hätte eigentlich auf Fußes bleiben können. Das hat nämlich so... Ja, das bleibt jetzt erstmal ein Geheimnis, weil ich es nicht abgespeichert habe. Eigene Dummheit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal auf Part 3. Da werde ich noch gucken, was ich noch alles zeigen kann. Ja, ich bedank mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.